Herzlich Willkommen liebe FIFA Freunde zum ersten oder nicht zum ersten, aber zum nächsten Pack Opening. Ich öffne hier glaube ich 8 Pakete für euch, das sind wieder 7500er Pakete im Ultimate Team Modus. Und wie wir sehen, haben wir gerade S-Wein gezogen. Das ist doch mal sehr sehr schön, denn bei uns im Karrieremodus beim HSV dreht er völlig durch. Hier ist er momentan noch ungefähr 5000 wert, der geht auch später problemlos dafür weg. Ich mache das momentan erstmal so, dass ich einfach alles verkaufe, dass ich durchgängig einfach alles öffne, was nicht nid- und nagelfest ist und dann sollte das passen. Hier im nächsten Pack haben wir Abate gezogen, der ist in etwa ganze 25.000 im Schnitt wert, ging bei mir für 23.000 weg. Also schon eine sehr sehr nette Sache. Denn noch kurz eine kleine Information, warum bei mir gerade im Moment so wenig Videos kommen im Verhältnis zu den anderen Tagen. Ich denke mal, man wird das höchstwahrscheinlich hören, dass ich einfach mega erkältet bin. Also das Sprechen und so ein Kram fällt mir wirklich sehr 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 schwer. Auch wenn viele sagen, dass denen die dunkle Stimme oder die angekränkelte Stimme wesentlich besser gefällt, haben wir noch Fotakis gezogen. Der ist bis jetzt glaube ich leider noch nicht weggegangen. Und ja, Guilherme oder wie er auch immer heißen mag, war auch nichts Tolles. Also die Packs sind eigentlich nicht super schlecht, aber Abate war einfach grundsätzlich der Beste, den ich gezogen habe. Und ja, nichtsdestotrotz muss man da aber auch positiv rausgehen, denn es macht ja Spaß sie zu öffnen. Es ist ja ein bisschen Unterhaltung etc. Hier mit Pepe und Ruiz und Großkreuz sind es auch drei Spieler, mit denen ich auf jeden Fall das Paket wieder rausbekommen habe. Gerade bei Dortmund muss man ganz ganz stark aufpassen. Leute wie Großkreuz und vor allem Gündogan, die steigen momentan, obwohl sie nicht glänzen, ziemlich hart im Preis. Und ich glaube, nee in dem Paket war das noch nicht. Ist das überhaupt in einer der Pakete? Ich weiß das gerade gar nicht. Egal, werden wir gleich sehen. Hier haben wir noch Dzeko gezogen als bester Spieler. Ist naja, was soll man sagen, jetzt nicht so der Hit. Aber dafür noch vier andere Spieler. Das ist natürlich immer schönes Kleingeld, welches man gerne mitnimmt. Dazu halt noch eine Trainings-Fitness-Teamkarte. Auch sehr, sehr geil. Und ja, die Positionsmodifikation ist auch relativ nett. Ich weiß gar nicht, was ich bis heute mit der gemacht habe. Ich glaube, wir haben jetzt schon ein, zwei, drei, vier... Ja, das ist gerade das fünfte Paket, was wir öffnen. Und oh, es ist einfach so anstrengend zu reden. Also wie gesagt, ich hoffe, das legt sich die nächsten zwei Tage. Ich muss mal sehen, was ich mir sonst noch einfallen lasse. Also verzeiht es mir. Hier haben wir Maddox. Ein sehr, sehr geiler Jamaikaner. Der hat mit 92 Tempo einfach mal sein Unwesen auf den Platz treibt. Also ist, denke ich mal, schon ein ziemlich schneller Spieler. Aber sonst sind die Werte ja, sage ich mal, eher semi-optimal. Mit 60 schießen als Stürmer nicht so dick. Aber dafür hat er noch 71 Kopfball. Ist, glaube ich, auch ein bisschen größer. Waren etwa 6.000 wert. Ich glaube, dafür ging er auch weg. Oder zwischen 5.000 und 6.000 ging er auf jeden Fall weg. Ich denke mal, der ist mittlerweile sogar noch im Preis gestiegen. Wie momentan alle Spieler, wo ich auch noch mal eine kleine, traurige Story zu rausholen kann. Ich habe ja ganz am Anfang, wo Ultimate Team anfing. Einmal Reus für 6.000 bekommen. Habe ihn daraufhin für 9.000 verkauft. Und habe mich richtig in Ass gefreut, dass ich 3K Gewinn gemacht habe. Wenn man sich jetzt mal Reus anguckt, liegt der normale bei 70K. 70K! Alter Falter, das ist ärgerlich, 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 ärgerlich. Denn ist mir jetzt in der Nacht noch ein neuer Ramos durch die Lappen gegangen. Ramos liegt mittlerweile zwischen 150 und 200K. Und ja, die EA-Server waren halt über Nacht im Arsch. Und da ist mir dann einer für 100K Flöten gegangen. Sehr, sehr ätzend. Aber ja, was soll man machen? Dann kommen wir nun noch zum letzten Pack vom Pack Opening. Ich, ja, wie man sieht, auch wieder nichts Tolles. Aber ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch. Ich hoffe, euch hat es halbwegs ein wenig gefallen. Wie gesagt, verzeiht es mir. Ich muss mir hier irgendwas einfallen lassen, dass sie schnell wieder auf die Beine kommen. Weil so ist das einfach wirklich ziemlich, ziemlich ätzend. Also mir geht es echt richtig dreckig. Naja, nichtsdestotrotz. Äh, blöde Packs gewesen außer Abate. Naja, ich verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Hahn. Nehmt es mir bitte nicht böse. Bis zum nächsten Mal.